Ich heiße Janis Wichmann und ich bin klassischer Gitarrist. Und für mein neues Album bin ich auf der Suche nach Field Recordings. Field Recordings, das sind Klänge besonderer Orte oder verborgener Alltagsgeräusche. Jedem Stück auf dem Album wird ein eigenes Field Recording vorangestellt, wodurch im Kontrast aus Gitarre und Geräusch Räume geöffnet werden für eigene Bilder, Assoziationen und Gefühle. Gitarre und Geräusche Gitarre und Geräusche Gitarre und Geräusche Musik Gitarre und Geräusche Gitarre und Geräusche Beim Crowdfunding unterstützen mich viele befreundete KünstlerInnen, MusikerInnen und SchriftstellerInnen mit wunderbaren Dankeschöns. Mit eurem Kauf der Dankeschöns kann ich die Herstellung des Booklets und der CD finanzieren. Außerdem geht ein Teil des Geldes an Vereine, ohne die einige Field Recordings nicht entstanden wären und die mich unterstützt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.